VP Niederösterreich, erste Frau an der Spitze, niederösterreichischer Landtag, Wahlkampf beginnt, Weidhofen an der Ips, Zukunftscampus entsteht. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur M4 aktuell. Zur ersten Frau an der Spitze der Volkspartei Niederösterreich wurde beim 45. ordentlichen Landesparteitag der VP Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner mit 98,5 Prozent Zustimmung gewählt. Sie folgt dem nunmehrigen Ehrenparteiobmann, Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, der sich insgesamt sechsmal dieser Wahl stellte. Beim ersten Mal am 4. April 1992 wurde Pröll mit 94,5 Prozent der Stimmen gewählt. Neue Gesichter prägt die Parteienlandschaft in Niederösterreich. So wurden für die Landtagswahl 2018 bereits einige Spitzenkandidaten vorgestellt. In der ÖVP übernahm Johanna Mikl-Leitner mit 98,5 Prozent der Delegiertenstimmen den Parteivorsitz und brachte sich in Stellung. Die Freiheitlichen ziehen mit Landesparteiobmann Walter Rosenkranz in die Wahl. Die Grünen wählten beim Landeskongress Anfang März in Ips Helga Chrismar zur Spitzenkandidatin. Sie führt die Partei zum ersten Mal in eine Landtagswahl. Ebenfalls das erste Mal antreten will die Partei der NEOS und mit ihr die Landessprecherin Indra Kolini, die sich bei einer Mitgliederversammlung im Juni der Wahl zur Spitzenkandidatin stellen wird. Weiterhin keine konkrete Auskunft über den Spitzenkandidaten gibt es bei der SPÖ. Der Landespartei-Vorsitzende und Bürgermeister von St. Pölten, Matthias Stadler, schloss sein Antreten als Spitzenkandidat bereits mehrmals aus. Was bisher verpflichtend in den Kassenverträgen der Allgemeinmediziner geregelt und von der Ärztekammer für Niederösterreich organisiert war, übernimmt ab nun der Notruf Niederösterreich. Ab 1. April gelten neue Vereinbarungen für den Bereitschaftsdienst in den Nächten an Wochenenden und Feiertagen. Allgemeinmediziner können sich ab dann zum Bereitschaftsdienst in der Nacht von 19 bis 7 Uhr freiwillig beim Notruf Niederösterreich melden. Damit ist sichergestellt, dass Patienten rasch und verlässlich die richtige Versorgung erhalten und Ärzte sich in der Nacht regenerieren können. Der ehemalige Firmensitz von Bene im Weidhofener Stadtteil Zell soll zum pulsierenden Zentrum mit sieben Leistungsbereichen werden. Junges Wohnen soll im Zukunftscampus ebenso integriert werden wie Coworking, Forschung, Werkstätten, Weiterbildung, Firmenerlebnis und Veranstaltungen. Im Mai wird der erste Coworking Space eröffnet. Er soll die Keimzelle für das geplante Lieder-Großprojekt Zukunftscampus sein, ein Personenunternehmen kreativen Raum bieten und als Ausbildungsstätte künftig dem Facharbeitermangel in der Region entgegenwirken. Das waren sie, die aktuellen Informationen aus dem Mostviertel. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen mit dem weiteren Programm auf M4 TV. Auf Wiedersehen.